Happy Birthday Caritas. Seit 100 Jahren hilft die Caritas der Erzdiözese München und Freising bedürftigen Menschen in Not. Im Ersten Weltkrieg hat sich die Caritas aus vielen kleinen wohltätigen Organisationen zusammengeschlossen. Für Gabriele Stark-Angermeyer war das ein notwendiger Schritt. Wir brauchen eine Stimme, eine Stimme in der Gesellschaft gegenüber der Politik, um unsere Anliegen besser sichtbar zu machen. Und so ist im Grunde genommen die Geburtsstunde. Das heißt, unsere Gründungsmitglieder sind die ganzen kleinen anderen Organisationen gewesen, die gesagt haben, wir schließen uns zusammen. Zum 100. Geburtstag hat die Caritas eine digitale Ausstellung in Form einer Webseite geschenkt bekommen. Hier können Interessierte mehr über die Gründung und Entwicklung des Wohlfahrtsverbandes erfahren. Rund 10.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für die Caritas in Oberbayern, außerdem zusätzlich noch rund 10.000 Ehrenamtliche. Viele der ca. 25.000 Einrichtungen werden auch durch Spenden unterstützt. Ein großes Ziel der Caritas ist der Ausbau der Digitalisierung. Eine konkrete Herausforderung und dann eine ganz abstrakte, wenn man so möchte, Digitalisierung. Ein Beispiel zu nennen, auch so ein Sozialverband, Wohlfahrtsverband, ist mit der Fragestellung der Digitalisierung natürlich konfrontiert. Und das bedeutet im Endeffekt auch die Frage zu stellen, an welchen Dingen wir da auch in die Entwicklung gehen und was wir da begleiten können. Ein weiteres wichtiges Ziel des Verbandes ist die Bekämpfung der pandemiebedingten Folgen für Kinder und Jugendliche. Aber jetzt erst einmal kann der Geburtstag gefeiert werden mit einem Extrastück Kuchen.